Und da ist ein Hai. Hat man jetzt gerade durch den Cut nicht gesehen. Da schwamm gerade noch ein Hai wieder. Na toll. Die sind aber auch echt sehr lästig, die Viecher. Was wollte ich eigentlich noch gebaut haben? Genau. Glas. Alter, war es laut. Wie viel Glas haben wir eigentlich tatsächlich gerade? Ich guck mal eben. Drei. Drei Glas. Das heißt, ein Glas bräuchten wir noch. Da hinten ist eine Insel sehe ich gerade. Nein, verdammt. Da hinten ist eine Insel. So. Nein, verdammt, das war zu früh. Ja, so gut. Äh, wir schwimmen mal hinten zu der Insel. Toll, ist so dunkel. Das ist super. Ähm. Genau. Toll. Dich nenne ich mich Schugge, weil du machst mich total mit Schugge. Äh, wo war die Insel jetzt? Da oben links. Da oben links sieht man so. Das heißt, wir müssen das Ding... Toll, natürlich... Da habe ich Gegenwind. Ah, die Natur, ne? Die Natur kann mich echt noch am Arsch lecken. Ich hasse die Natur. Die Natur ist noch auf ein Stück Scheiße. Wie viel brauchen wir für die Zäune eigentlich? Da brauche ich einen Hammer für, ne? Boah, ziemlich viel. Na komm, weiß ich was. Scheiße, auf die Insel. Irgendwo muss man ja Kompromisse eingehen, ne? Okay, die Kartoffeln wachsen. Das ist gut. Da können wir größere Pflanzen reisen. Ich weiß allerdings nicht, was wir pflanzen. Ich glaube, Ananas können wir da einpflanzen. Dann nehme ich mal die Ananas mit hier. Und frisches Wasser. Hallo? Danke. So, das heißt dann, dass das... Nein, Ananas geht nicht. Welche Pflanzen kann ich dann... Was kann ich denn dann einpflanzen? Ähm, Kokosnuss? Das oder das? Ich probiere es einfach mal aus. Nein, keine Kokosnuss. Mango? Nein. Äh, ich kann nicht gar nichts einpflanzen. Kartoffeln? Erst auf Kartoffeln kann ich hier einpflanzen. Warum sollte ich... Warum zum Geil sollte ich da eine Kartoffeln einpflanzen lassen? Da ist dann Floß. Ich hoffe, dass ich nicht das, was wir vorhin hatten. Okay, das Riesending ist ja echt unnütz, tatsächlich. Da habe ich schon wieder Hunger. Huch! Wie geht das denn? Wie bitte geht das denn? Komischer Hai. So, futtern. Wobei, kann ich das nicht... Na, doch, entfernen kann ich. Ne, kann ich nur das ganze Ding entfernen. Na toll. Ah. So. Das Ding hier ist vollkommen unnütz. Die Vogelschläuche, die bringt tatsächlich was. Gut, wir sehen mal das im Floß. Vielleicht ist es nicht das gleiche wie vorhin. Wäre schön. Ähm. Und es gehen natürlich mal wieder die Planken aus. Na, solange es das Essen nicht ausgeht. Gut. Fisch. Fische haben wir noch. So ist es nicht. Ähm. Problem ist, um Glas zu studieren, müssen wir Glas kaputt machen. Und so viel Glas haben wir nicht. Ich... Deswegen lass es erstmal. Plastik. Palmen. Steine sind nicht hier. Steine sind hier. Nein, Steine sind hier. Okay, da ist das Floß. Auf Floß geht's los. Tralalalala. Siehst du es nämlich nach dem aus, was wir schon hatten, ne? Nein, ist nicht das, was wir hatten. Es ist leer. Also, wow. Das hat sich ja so gar nicht gelohnt gerade. Äh. Haben wir noch irgendwas einge... Ups, eingesackt hier? Ne. Planke platzieren, ja bitte. Und es gehen echt die Planken aus gerade. Das ist ein bisschen doof. Eine Planke wird uns jetzt nicht unbedingt den Arsch retten. Wobei, es hatten wir doch schon mal, ne? Ich mag mich dunkel daran zu erinnern, dass uns eine Planke tatsächlich den Arsch gerettet hat. Nein. Ich will über die... Okay, die kann ich ernten. Oh, ein Eis. Warte mal. Äh... Ich versuch mal kurz was. Äh, zack. Hier müsste ich auch noch ein paar Dinger hinbauen. Was brauchen wir dafür nochmal? Äh... Seil und Nägel und planten. Okay. Habe ich nicht... Ich bin mir nicht sicher, deswegen habe ich es erstmal weggelassen. So. Alter, das ist immer noch nicht fertig. Gott. Unfass. Ist ja nicht zu fassen. So. Da sind... Kennen wir diese Insel... Also die Felsenketten da nicht schon? Mich sugar, ich hab dich ganz im Blick. Ich halt dich im Blick, du Messstück. Das ist ein Fass. Das Fass will ich haben. Gotta catch them all. Let's go to the mall. Today. So, unser Typ. Können wir eine Kartoffelbraten? Ja, wir können eine rohe Kartoffelbraten. Cool. Das heißt, wir haben eine gekochte Kartoffel. Also das ist ein Deutscher dann, ne? Also, ne? Wenn ein Deutscher zu lange in der Sonne ist, ist es eine gekochte Kartoffel. Oder eine gebratene Kartoffel eher. So. Na, Milchugge? Kann ich dich nicht irgendwie... Ah, Mann. So hast du den Pfeil und den Bogen weg. Geil. Der so voll unnötig ist. Hab ich schon getrunken? Nein, hab ich noch nicht. Gut. Einfach mal auf... Einfach mal auf Risiko was trinken. Okay. Wir hatten hier drei Stück drinnen. Sechs haben wir rausgekriegt. Finde ich gut. Habe ich noch irgendwas anderes? Karotten oder irgendwie sowas? Ich hab nur Kartoffeln. Aber die könnte ich natürlich auch noch gut gebrauchen. Mal das mal so, so. Das Schrott. Wir gucken erstmal, was das große Ding da bringt. Bevor wir dann noch für eins bauen. So, kurz gucken. Was ist mit dem Heim los? Das ist ein ganz komisches Ding, das Vieh. Ganz komisches Ding, das Vieh. Weil es... Das greift da an, wo es eigentlich realistisch gesehen gar keine... Brauche ich gar nicht. Ja, ne, brauche ich gar nicht. Ach stimmt, wir haben ja den guten Enterhaken. Stimmt ja. Also, den guten Haken. Und die gekochte Kartoffeln, die bringen natürlich nicht viel tatsächlich. Ich würde aber gerne mal was ausprobieren. Warte mal. So, gehen wir auf den Tisch hier. Kann ich nicht erforschen? Okay. Kann ich hiermit irgendwas erforschen? Schon erforscht. Hier wird? Nein. Nein. Wenn ich das Glas hier nehme. Ach, schon erforscht. Okay. Wie macht man dann bitte Glas? Okay, Glas kann man wahrscheinlich, so wie es aussieht, nur finden tatsächlich. Finde ich ein bisschen doof. So, kommt der Kartoffel. Schlürf, Schlürf. Nein. Da muss man auf so viele Sachen gleichzeitig achten. Das ist echt, äh. Ich brate mal einen Kartoffeln. Also, koche mal Kartoffeln. Ne, ich grille ein paar Kartoffeln vor. Damit wir ein bisschen mehr auf Vorrat, ein bisschen was auf Vorrat haben. Okay. Was? Kommt vorbei? Unmöglich. Nein, nein. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gut. Die kann man noch nicht ernten. Ich muss gleich noch gucken, dass ich jetzt gleich die Kartoffeln, bevor ich die da raushole. Äh, danach mache ich den Fisch erst nochmal. Meine Fische benehmen sich sehr merkwürdig. Aber das sind Fische, was erwartet man? Okay. Ähm. Genau. Ich wollte nochmal so ein Teil hier craften. Nein, nicht so ein Teil. Nein, nicht so ein Teil. So ein Teil. So, das heißt. Auch wenn die gebackenen Kartoffeln uns nicht wirklich viel bringen. Aber. Wie können wir trotzdem eine Menge erreichen? So. Das heißt dann. Zack. Wir haben jetzt sieben Stück, haben wir jetzt, ne? Neun. Elf. Also auch nur zwei Stück. Okay. Das Ding bringt uns also gar nichts, tatsächlich. Dann können wir die kleinen eher nehmen. Jetzt sind wir effektiver mit dran. Schlürfen. Zack, zack. Und dann nehmen wir das Fass da hinten. Ja. Dreck gekriegt. Ich warte ja immer noch darauf, dass wir irgendwie eine Insel finden. Eine gute, gut erreichbare Insel. Aber ich sehe auch im Augenwinkel nichts. Das ist ein bisschen. Ja. Ein bisschen ernüchternd. Okay. Ähm. Zack, 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 zack. Stein haben wir hier. Ich könnte aber vielleicht nochmal einen Anker machen. Äh. 1, 2, 3, 4. Äh. Seile. Zack. Seile hier. Ähm. Das da. Kriege ich das? Ja, kriege ich. Gut. Hier ist sonst noch alles ganz, ne? Okay. So langsam nach und nach erweitern wir alles, also ich... Äh. Die Vogelscheuche bringt wohl nicht allzu viel. Hm. Warte mal. Ach, das war mit den Stegen hier, ne? Wo haben wir Nägel für? Ah, ne komm. Darauf pfeife ich erstmal. Ähm. Hm. Ich hab's gewusst. Du Dreckigen. Diese Dreckigen einfach. Ich hab's schon gerochen. Ich hab's schon gerochen. Also ich hab diesen Fischatem schon gerochen. Du Ekelhaften. Ähm. Ist, genau. Ah, ich bin... Hallo. Wellengang. Ähm. Ich muss mehr essen auf jeden Fall. Das heißt, das Ding pack ich mal hier wieder hin. So, haben wir auf jeden Fall einen Anker wieder. Können wir keinen besseren Anker machen oder sowas? Der flog gerade, der Hai. Ist ein Fliegerhai. Ähm. Doch, hier. Ach so, hier war das genau. Kann ich keinen besseren Anker machen? Farbeimer. Stationäre Anker. Lässt dich dein Fluss ankern. Ach hier. Ach stimmt. Stimmt, ja. Äh. Ehh. 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 Für den Schmerzbrunnen trockenziegel. Nest. Ehh. Ehh. Riesenmuschel. Ehh. Für ein paar Sachen muss ich wahrscheinlich, muss ich tauchen. Das heißt, wir sollten bei nächster Gelegenheit, wenn wir eine Insel haben, Anker lichten. Und dann gegebenenfalls immer tauchen. Weil ein paar Sachen müssen wir noch finden, tatsächlich. Also diesen Glibber hier. Seetang. Rucksack. Bauen wir Leder und Wolle. Ich denke mal, ein paar Sachen kriegt man nur auf größeren Inseln, ne? Aber ich würde gerne mal wissen, wo es eine mittlerweile gibt. Würde mich mal interessieren, schon tatsächlich. Bauen wir das da hin. Ähm. Hm. Weil ich muss, wir müssen ja auch irgendwie noch ein bisschen langsamer vorankommen, hier, ne? Gut, die brauchen noch. Geh weg, du möge. Wo ist die? Da oben ist die. Ich glaube, die kann man, kann man die abschießen? Würde mich mal interessieren, tatsächlich. Das ist noch ein Fass. Das fassen wir uns mal eben schnell. So. Na ja, so viel mehr hat es auch nicht gebracht. Wir sehen mitten auf dem offenen Meer rum, tatsächlich. Mistvieh. Hallo? Ich kann nur mit leerer Hand ernten, oder was? Okay. Das ist einfach mal zack, zack, zack. Wir brauchen frisches Wasser. Zack. Und nochmal frisches Wasser. So. Kartoffeln bringen uns tatsächlich nicht allzu viel Nahrung zurück, aber besser als gar nichts. Scheiße, das Ding, das Ding, das ist ewig, ey. Gibt es irgendwie keine Insel? Da ist noch ein Floß links. Dö, 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 dö. Da oben links. Da oben links, recht über mir, ist noch ein Floß. Wer weiß, was wir da finden. Ah, sehr gut. Haifutter bringt auch nicht wirklich allzu viel, ne? Also Haifleich. Wenn es Haifleich gibt, ne? Gibt es auch Beifleich? Okay, das ist zu weit. Das ist zu weit. Gut, der Fehler scheint laut, scheint angeblich nicht mehr da zu sein. Ähm. Okay. Ah. Okay, seht ihr es natürlich nicht. Ja. Es gibt einen Chat. Mit, äh, Enter. Könnt ihr den Chat aktivieren. Jö, der Hei, ne? Vor allem, wie der angreift? Wurde immer angreift. Also, mitten im Boot. Also, im Floß. Mitten drin. Total unrealistisch. Total unlogisch. Ähm. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Du Mistvieh. Kann ich die töten? Ich muss mal ausprobieren, ob ich die töten kann. Oh, da rechts ist noch ein Floß. Uh. So, mal zacken wir ein bisschen mehr da hin. So. Wow. Ha, 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 ha. So, hab's. Und das Floß, Wandelfloß, war jetzt da, hinter uns, genau. Das einmal umdrehen. Ist sogar mit dem Wind tatsächlich cool. So, kriege ich das? Den, äh, den, äh, das Fass? Kriege ich das? Nein, da schlägt ihn fast im Boden aus. Hm. Wie kann ich denn bitte den... Topf da, so, äh, nasser Ziege, Sand und Ton. Ja, toll. Eimer. So, das... Was ist los da? Ist dann so dahin? Ich muss gleich mal gucken, wie ich das mache. Wir kommen irgendwie nicht von der Stelle, hab ich das Gefühl. Hm. Hm.